Ja, jetzt haben wir uns mit dem Tangens abgequält. Jetzt kommt hier noch der Sinus und der Cosinus dazu. Was wir gelernt haben, ist, dass in einem rechtwinkligen Dreieck gilt, Tangens von Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. Das heißt, wir mussten in einem rechtwinkligen Dreieck immer nur die Gegenkathete und die Ankathete suchen. Dann konnten wir den Zusammenhang mit einem Winkel darstellen. Also konnten wir Alpha berechnen, wenn man zum Beispiel A durch B bestimmen konnte. Und jetzt kommen halt noch weitere Sachen dazu. Der Sinus von Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Heißt in dem Augenblick, ich muss nicht A durch B, sondern A durch C teilen. Ich suche quasi wieder die Gegenkathete, brauche aber dieses Mal im Nenner die Hypotenuse. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Winkel will und ich habe die Seite A und C gegeben, muss ich das Ganze mit dem Sinus berechnen. Habe ich die Seite A und B gegeben, dann muss ich das Ganze mit dem Tangens berechnen. Das heißt, man muss sich jetzt immer erstmal markieren, was habe ich? Ist es die Gegenkathete? Ist es eine Ankathete? Ist es eine Hypotenuse? Und dann muss ich schauen, welche Formel dafür gilt. Denn wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt, beim Kosinus von Alpha ist es dann eben die Ankathete durch die Hypotenuse. Hypotenuse in dem Fall, also B durch C. Hier, wenn ich den Sinus von Alpha bestimme, Sinus ist Gegenkathete durch Hypotenuse, A durch C. Wenn ich den Kosinus von Alpha bestimmen will, dann ist es, schauen wir mal hier runter, Ankathete durch Hypotenuse, B durch C. Und wenn ich, so wie wir es natürlich kennen, den Tangens von Alpha bestimmen will, dann Gegenkathete durch Ankathete, A durch B. Das gleiche können wir natürlich auch mit Beta machen. Sinus Beta, also gucken wir beim Sinus Gegenkathete. Beim Beta ist A die Ankathete, also B die Gegenkathete, heißt B durch C. Wenn ich den Kosinus von Beta nehme, ist es Kosinus Ankathete durch Hypotenuse, A durch C. Und den Tangens kennen wir schon B durch A. Also, nochmal zusammengefasst. Es reicht jetzt eben nicht mehr aus, zu wissen, dass wir mit Strecken irgendwelche Winkel bestimmen können, sondern wir müssen eben gucken, welche Strecken sind denn gegeben und welchen Winkel suche ich denn. Wenn ich den Winkel Alpha suche, muss ich natürlich schauen, welche Strecken dazu passen und dann muss ich gucken, ob Tangens, Sinus oder Kosinus passt. Das heißt, wir müssen diese drei Formeln wirklich im Schlaf auswendig können. Und deswegen habe ich euch eine kleine Merkhilfe dazu. Der Tanga, der lässt sich noch relativ leicht merken. Der Tangens ist nämlich die Gegenkathete durch die Ankathete. Also, wenn irgendwas mit Tangens kommt, muss G durch A quasi berechnet werden. Beim Sinus, der Sinus muss heimgehen oder geht heim. Gegenkathete durch Hypotenuse und Kosinus ist altes Haus. Kosinus altes Haus, Sinus geht heim. Wenn man sich das merken kann, geht es vielleicht etwas leichter. Die nächste Stunde werde ich genau diese Dinge abfragen. Ihr müsst genau wissen, wenn ich den Winkel Alpha will, ob ich Sinus, Kosinus oder Tangens nehmen muss, um auf irgendwelche Strecken zu kommen oder andersherum, welche Strecken ich zusammensetzen muss, um auf einen bestimmten Winkel zu kommen. Aber üben werden wir natürlich auch noch.